Warte mal, ich muss mal kurz mit... Ich eh... Mann, Mürgo, ich stell mal kurz mit Kreis mein Blutalter hier. Dann kriegen wir ein bisschen... Ja, genau. Dann kriegen wir ein bisschen Maradregeneration, ne? Und wenn du... Und wenn du Dreieck und Kreis... Dreieck, äh, gleichzeitig drückst, dann kannst du, äh... Die Blutsynthese machen, ne? Dann kriegst du... Dann kannst du nochmal 40% meines Lebens heilen. Ja. Hast du auch voll gut aus, wenn du gelernt, alter. Das wüsste ich nicht mehr so aus dem Blut. Warum legst du denn hier schon wieder rum? Geh auf. Von wo? Da oben. Oh. Ach, von da oben. Okay. Ach, Mann, oh. Oh, er lässt den Arm raus, ey. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Fernsehfreunde. Bei uns ZDH Share Connection. Und wir sind heute ein bisschen dezimiert. Wir sind heute nur zu zweit. Der Dolly ist da. Und meine Willikeit. So, und wir haben gesagt, heute knüppeln wir nochmal ein Video raus. Wir werden hier mal eine schnelle Runde auf Paket legen und spielen ein wenig Vorherrschaft. Ich komme mal als Krankenschwester und starte mal bei unserem... Ich muss wirklich sagen, ich beherrscht das Spiel, also das wird bestimmt hier rein scheiße, was die Leute hier sehen, was die Leute hier sehen, weil ich überhaupt gar nicht mehr drin bin in Battlefield, weil wir nur noch auf den Schlachtfeldern von Tamriel nackig tanzen. Ja, aber ohne Witz, Alter. Wir sind so oft jetzt hier in Tamriel am Rumrotzen. Warte mal, da unten ist eh nachgekommen. Wenn ihr mal so eine Schlacht sehen wollt oder wie wir da so ein bisschen rumeiern, weil die müssen, also wir müssen, also meiner Meinung nach, wäre das zu langwierig und zu langweilig, wenn wir euch die ganze Kampagne da zeigen, weil da besteht irgendwie nicht wirklich eine Kampagne. Aber wenn ihr mal sehen wollt, wie wir einfach nur ein bisschen rumeiern und nur Quatsch machen, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal so eine epische Schlacht sehen wollt von uns. Also echt mal so Gilden Wars, nee, wie hieß das richtig? Naja, diese epische. Kampagne heißt das, das ist so ähnlich wie Guild Wars, da muss man halt Burgen einnehmen oder eigene Burgen verteidigen, die Burgmauern aufbauen. Schon eine Top-Sache, Alter, also das macht. Das kommt schon mächtig. Jo. Oh, gekluckt. Oh Gott, deswegen. Guck bloß nicht hin, was ich gerade gemacht habe. Oh, ich lebe und sterbe. Ey, Alter, Möko, Möko, ne? Entschuldigung. Möko. Ja, ja, ja. Ich wurde getötet von dem einen, der, ne? Ja. Der ist dann ins Treppenhaus gelaufen. Du hast mich wiedergelebt und ich bin durch den gestorben. Mit derselben Waffe. Der stand aber schon in der ersten Etage. Im Treppenhaus. Ja, das war kein Knitsch oder Buck. Das ist so. Das ist ein Hedge durch Wunderbände. Das ist ein Master. Das ist ein richtiger Master. Oh, das schießt auch wie der wie der letzte Junge. So, den haben wir mit einem Magnum weggeholt. Ich war ein bisschen luoghaft, aber weg bis weg. Also, ich bin so ein Prozent, hat er noch, Alter, wie kann ich denn so scheiße schießen? Wo ist denn der hin? Der steht hier. Oh, den schaff ich nicht mehr. Der schaff ich nicht mehr. Wieso schieß ich denn sich nicht? Hier, friss nein. Oh, hinter mir. Mit der Skara. Aha. Den hat's da gerade hin. Jetzt reicht's gleich, aber richtig, meine Freunde. Jetzt werd ich gleich zum Besäcke. Lass uns mal zusammenlaufen. Mögo, Alter. Lass mal in der Nähe bleiben. Wenn ich meine Ulti zündere, dann kann ich dich noch hochheilen. Was auf hier unten. Du bist ja auch schon kurz davor, dein zweites Waffen-Set hier freizuschalten, ne? Ja, ja. Ja. Ich glaub, die anderen wissen nicht, was du meinst. Die anderen? Nein, die anderen, die hier zuschauen. Wieso? Bei Battlefield, klassisch. R1, R1 und die zünden. Ja, im Klo liegen sie. Hast du mal eigentlich gesehen, wie so eine Schüssel explodiert, Mögo? Was, die Kloschüssel? Ja. Ja, jeden Morgen. Egal. Äh. Guck mal, steht nicht mehr. Das Porzellan wegsprengen, ne? Oh, scheiß, warte. Das ist einer von uns, der hier draußen liegt. Oder einfach mal... Stopp. ...in die Schüssel bölgen. Warte, das wird starten. Oh, von hinten, von hinten. Ah, verdammt. Ach, Mann, die Mülltonnen ist doch schon wieder jeden Schuss hier. Aufstehen. Danke. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Oh, der liegt am Bursch. Ich lege hier hinter dir. Hinter dir. Mülltonnen. Mülltonnenmann. Oh, drei Leute, nicht wieder. Also, ich hab zwei. Na, also, wohl. Ich hab ein. Das war ein. Das war ein. Das war ein. Das war ein. Geil. Ja, wie war das hier? Tapfere Schneiderlein, oder was? Nee, du musst mal... Jawohl. Warte mal, ich muss mal kurz mit... Ich eh... Möge, ich stelle mal kurz mit Kreis, mein Blutalter, hier. Kriegen wir ein bisschen... Ja, genau. Kriegen wir noch mal einer Regeneration, ne? Und wenn du... Und wenn du Dreieck und Kreis... Äh, äh, gleichzeitig drückst, dann kannst du, äh, die Blutsynthese machen, ne? Dann kriegst du... Dann kannst du nochmal 40% deines Lebens heilen. Ja. Hast du aber gut auswendig gelernt, Alter. Das wüsste ich nicht mehr so auswendig. Warum liegst du denn hier schon wieder rum? Ja. Von wo? Da oben. Oh. Ach, von da oben. Okay. Ach, Mann, oh. Oh, er lässt den Arm raushängen. Ich muss... Ich muss bloß erst mal kurz an den herankommen, dann kann ich mich mit R1... Mit R1 ein Schildlauf machen, dann kann ich die kurz dann für 3 Sekunden und dann kriegen die 462 Schaden und ich kann... Da ich die... Da ich die Fähigkeit schon verbessert habe, äh, heilt mein Schild auch noch 640 Schaden. Was ich denn danach kriege, dass du so ein automatisches Schild weißt. Ja, und nicht anders. Naja, nicht anders. So oder nicht anders. So, so oder nicht anders. Deutsch? Ne. So oder nicht anders? So oder nicht anders. Ey, sag mal, ich will ja nichts sagen, ne? Aber, guck mal. Ey, dass keiner sehen die... Wir haben hier echten Lauf hier irgendwie, kann das sein? Wir haben einen klassischen Einlauf, ja. Irgendeinen Lauf werden wir schon haben. Einlauf und so, ne? Ja, ja, ich hab den Wortwitz verstanden. Ja, schön. Verstanden, ja? Ah, verdammt! Die stehen rechts im Aufgang und dazwischen. Und eigentlich stehen sie überall. Ja. Versopter, die hinter die und vor der rund überall. Boah, ey. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich davon halten soll. Müllbuch. Was tut das? Oh, ja. Oh, du Stichel. Oh, oben. Das hat nicht echt deprimierend, Alter. Wenn man, man wird wiedergelebt, denkt, oh, geil. Und dann stirbt man, dann stirbt man gleich noch ein zweites Mal. Das ist wie. Ja. Das ist wie dem Kind Kuchen hinstellen und dann die Käpte selber ausblasen. Ja. Den darfst du nicht essen, mein Kind. Und wenn du das schaffst, kriegst du noch eine zweite Sache Torte. Und die musst du dann aber essen. Genau, stellst du dir so eine Torte hin. Und wenn du die aufisst, bis ich wiedergekommen bin. Du bist die zweite. Gehst du Diabetes. Ja, oder so. Ist das nicht, was mein Kind. Ja, Mutti. Mehr. Mehr diese Zahle-Torte. So, und du hast auch nichts los. Hast du denn so ein 100... 120 Kilo schwere 9-jährige Kinds-Haus-Sitzen. Ja. So wird das Kind durchgeführt, ne? klasse ist ja wie wir das gemacht haben die runde immer noch in der rande also das ist hier ein bisschen wenig eine kleine ging ob das nottut aber wir wollen ja mal nicht so sein mit diabetes aber nicht zu scherzen weil ich mal nicht wirklich aber ist ja nicht mein kind mir liegt auf der zunge aber ich sag's lieber nicht das ist nicht gut nee ach komm nur ein bisschen dann ist das video ab 21 das sind so krankheitswitze macht man ja damit kenne ich mich aus los komm ne los witze über bestimmte krankheit nein war auf was du meinst du so leber in die kommentare wenn ihr bitte hören was ist ein lebra kranker mit weißen haben es ist nicht eine puste blume wir hoffen die älter Entschuldigung ist nicht das ist nicht witzig noch ein bisschen schon aber nein also wir wollen jetzt nicht aufkommen lassen als wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwelche leute mit krankheiten krankheiten beleidigen ich sag mal dann sage ich das mal anders ne was macht einen in der disco abzappeln nee wie war das das tanzbein schwingen das tanzbein schwingen so wir sind wir schon wieder auf der gleichen märkte in und möge aber wollte ich auch gerade frage ich habe hier die jahvü ich frage doch schon mal Wer bin ich denn? Sind denn nur auf Gegner da? Oh, irgendwo müssen welche sein. Entflug dahin. Hier unten steht irgendwo eine Spawnbank. Ja, natürlich. Mit der Schrot steht er an der Treppe. Pass auf. Bei Flagge A stehen zwei Leute oben an der Treppe und warten. Am besten, du nimmst die andere Treppe. Da weiß ich aber nicht, wie viel da stehen. Vielleicht stehen da auch nochmal Dreier. Ey, Möko. Warte, hier ist Medizin hier unten. Was macht man beim Fußballspielen? Weiß ich nicht. Foulen. Ach, Mann, oh. Warte. Hast du 100% oder wie viel hast du? Tausend. Dann hab ich ja alles richtig gemacht. Ja, ich hab doch vorher meinen Skillpunkt in Leben gesetzt, weißt du? Ach so, du hast ja vorhin noch einen Schweinebraten gegessen, hast du ja 376 Lebensbonus gekriegt. Ja, aber bloß mit 35 Minuten, weiß ich. Deshalb, die Folge wird schon ein bisschen heftiger sein vom Leben. Ja. Ja. Ja, ich hab jetzt, ich hab jetzt auch bei Waffe und Seitenwaffe, hab ich jetzt auch Bollwerk geskillt, ne? Ja, hast du eigentlich dein Schild mit bei? Ja, hab ich auf dem Rücken. Komisch sieht immer aus wie so ein Rucksack bei dir. Mein Frischgewischt-Schild. Frischgewischt-Schild. Wir haben ein Frischgewischt-Schild. Wir haben ein Frischgewischt-Schild. Wir haben ein Frischgewischt-Schild. Bitte anfassen. Frischgewischt-Schild. Oder hast du ein Schild dran? Bei Vergewaltigung bitte wenden. Bitte diese Seite nach oben. Bei Vergewaltigung? Ja. Oh. 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 Ich mein... Ich mein, ne? Nein, wo war er? Also das geht jetzt wirklich so weit. Na, go. Ja, steht. Pass auf, der liegt rechts. Ach nee, das ist voll. Ja, gut. Wieso geht er zu weit? Möge, das geht, also... Ach, ich soll aufhören mit mit kranken Witzen, aber du machst Witze über Vergewaltigung, ja? Ja. Okay. Wer war kein Wild? Wer war kein Wild? Es ist echt so. Na, dass die gleichwissen... Naja, egal. Na, ich sag mal. Ein Mann-Fey-Waltigen geht. Geht doch ja. Ich glaube nicht, dass die Vergewaltiger noch Zeit hat. sich die Bedienungsanleitung auf dem Körper durchzulesen. Ob die wirklich die auf die Wünsche der Konten eingehen möge. Das wäre jetzt noch mal... Würde man... Also jetzt nur mal so in den Raum gestellt, ne? Würde man den Mann fein beigehen können? Ja, Mann. So, so trocken drin, das Ding. Ich hab den gerade nur angehüttet und nichts weiter. Ja? Das war ja mal... Ja, ich hab ihn ja auch gefinisht. Hier oben. Rechts. Alter, weil ich ja auch... Oh, weil ich daneben schieß, Mann. Daneben! Nein! Da war noch einer. So, jetzt hebt mich mal wieder auf hier, Leute. Ja, ich hab auch keine Wurst gehoben. Ja, ich war dabei. Du denkst, Opa, du kriegst ne extra Wurst, wa? Nee! Äh... Ja, na sowieso. Ähm... Ich war dabei. Hat er schon den Deti in der Hand? Ja, der hat... Oh, guck mal her. Warte, ich hab mich schon mal gefragt, ne? Guck dir mal hier. Oh, guck dir mal die Bilder da an. Ich mach dir mal kurz weg hier. Jupp, guck dir mal die Bilder an. Ja. W- Ja, schön, ich bin tot. Ich wollte den Kuck auch noch. Jetzt hat er die Blütschirme kaputt gemacht. Ja, ein Schiff. Ja, welches Schiff ist das, Möko? Na, bestimmt das, was draußen liegt. Wenn wir die anderen mehr spielen. Wo draußen? Draußen auf der Wiese? Das kleine Schiff spielt da. Trägerangriff. Alter, ich kann nichts mehr. Ich kann nur noch mit dem Ahorn Froststab umgehen. Aber nicht mehr in der F2000. Das ist auch viel zu neumodisch. Ist ja auch nicht fair, ne? Stell dir mal vor, du würdest... Boah, schon wieder Schrot, Mann! Also, ich muss ja sagen, dass ich so viel Rüstung habe, ich würde, glaube ich, schon gut was wegfangen hier. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt auch eine Schrot mit. Ist mir jetzt egal. Wollen wir das machen? Wir nehmen Schrot. Wollen wir? Na, los. Bist du uns kicken. Welche nimmst du? Äh, 870. Okay. 870. MCS. Boah, die haben alle Flaggen, haben die? Das kann es ja nicht geben. Also, wirklich. Ich hätte noch eh mal Slug mitbeiarbeitet. Klemmen wir jetzt gerade mal. Ach, Mann, Stefan, du Nutte. Oh, ehrlich. Ja, so ist er. Heißt bestimmt gar nicht Stefan. Das ist bestimmt der dreijährige Kevin, der da spielt. Das wird, was würde man jetzt sagen, ne viertenjährige Kevin, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Battle Seals zu spielen. Sie haben kein Leben, würde ich sagen. No life. Würden wir kommen? Ich bin 14, hab kein Leben. So, wo sind wir? Wir ziehen. Oh, 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 wie, Mann? Alter, ich hab, das Einzige, was der an seiner Scheißwaffe mehr dran hat, ist ne Scheißlampe. Ja? Ja. Genau das, genau das selbe, Mann. Und ich drück ihm 57 Schaden und er einen Schuss, buff, tot. So, ein netter Mann ist das, Mann. Da ist er doch schon wie der Mann, hier. Alter, hinter mir, Mann. Boah, jetzt wird's jetzt kriminell. Wir hätten nach neun Minuten abbrechen sollen, Mann. Ganz ehrlich. Ich sag schon, wie viel zu oft Mann, Mann. Boah. Er denkt auch, ey, ey, ey. Der John Cambo hier, Alter, hier. Ja, jetzt brauch ich hier mal wieder Munition. Sonst wird er nicht. Och, Mutti. Oh, ich hab Schlag frei gespielt gerade. Mutti, nicht jetzt. Mutti, nicht jetzt. Mutti. Bitte, schmeiß die aus dem Spiel. Einsatzziel Bravo neutralisiert. Einsatzziel Bravo wurde erobert. Eine Schrot salve, die... Ich krieg Klee. Ins Gesicht. Das mag ich nicht. Nein, das mag ich nicht. Hier, du alter Badenkönig. Du wolltest auch hier noch ein Lied von den Lippen-Fallanier. Nee, das mach ich nachher auf dem Schlachtfeld. Nach gewonnener... Nach gewonnener Schlacht, ne? Da reiß ich wenigstens was. Ja, blöde. Blöde. Ein Armee reißen. Blöde, blöde hier, Mann. Ich bräuchte mal Munition so langsam, aber sicher. Wer hat hier gerade umgebracht? Oh Mann, Alter, jetzt hab ich eh mal Schrot in der Hand und nichts funktioniert. Ach, das ist nicht schön. Alter, äh... Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Wir kriegen noch einen ganz tollen Halt hier verlassen still, Mann. Wir haben alle Flaggen, ist ja nicht gut. Ja, super. So, und Slack ist noch viel besser. Umso schneller ist das hier vorbei. Das tut mir schon weh. In die Augen. Ist bei dir wenigstens genauso schlimm wie bei mir? Ja, nicht viel besser. Boah, bitte, äh, erschießt den noch mal ina. Ach, Mino. Ja, immer, ja, Mann. Jawoll, Alter, jawoll. Ach, der Liebling ist der Stand da noch. So ein wie dich suchen will man. So ein wie dich. Komm her. Weißt, wir laden ihn zu ZDH ein. Sagen dem, da der nichts kam. Smeißen ihn wieder raus. Nach einer Woche wollen wir uns entschuldigen, laden ihn wieder ein. Und wenn er reinkommt, dann schmeißen wir ihn wieder raus, weil er das nicht verdient hat. Echt. Ja. Dass wir ihn umbringen, wiederbeleben und noch mal töten. Boah, von wo? Oh, ein Sniper steht hier unten und hinterm Blumenkügel. So fährt es wieder. Weil das ja auch voll die Sniper-Map eigentlich so ist, ne? Da muss man eigentlich einen Sniper auspacken. Geht gar nicht anders. Ach, ach, ach. Boah. Wir haben ein Sniper verloren. Hoffen wir, kannst du o.i. Willen. Ey, bitte. Oh, jawoll. Da ist er wieder. Schwingen gleich eine Freundschaftsanfrage. Nur damit ich in der Nacht wieder. Löschen kann ich ihm danach, wenn ich abwählen kann. Boah, das hat nicht verdient, Junge. Nee, ich will hier gar keine Boost. Was mach ich denn hier? So. Du willst Boost? Guck mal, jetzt haben die wieder alle fahren, Mann. Wie lange soll sich der Scheiß denn hier noch hinziehen? Ich hab doch nicht... Seit wann ist mein Leben denn so... So wenig wert? Ja. Da legt mich hier mit Karl-Heinz und... John Rambo abgeben muss. Im Gegenteam. Dann auf, das ist gleich zu Ende die Runde. Ob die wollen oder verloren, das ist wahrscheinlich egal, aber zu Ende wird zu sein. Och, och, ne. Och, ne. Alter, weil das ja nicht... Alter, ich wollte mich grad aufregen, dass das nicht getötet hat, ne? Aber mein Großmembraner war bloß im Weg. Ich hab den nicht gesehen. Achso, die Killmeldung. Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Jetzt nehmen wir wieder alles ein. Da oben. Auf der Kappe. So, ich geh sie mal hoch aufheben. Irgendjemand lebt. Guck mal. Und schon haben wir wieder die ganzen Flanken. Och, der C4. Hier. Er sitzt draußen auf dem Balkon. Der sprasst. Der sprasst. Der sprasst. Ich hab uns mal nicht getötet, aber ist egal. So. Kommt. Zurück zu... Anatoli. auf entfernung ist schrot kacke habe ich mal so zu bemerken dann hast du gerade mit der sr 61 in die geht geht auf jetzt reicht jetzt jetzt ist auf Distanz mit denen ich will wieder so im Nahkampf in Beckenudeln was wie die Gruppe aller auf alle zwei Schüsse zwei Schüsse denn liegt und so wird uns gut läuft ein Mann Entschuldigung ich wollte nicht in Ordnung auch keine Einmal Mann naja weil hier ich wollte nicht so laut rufen Entschuldigung naja so weißt du so voller Emotions Entschuldigung weil Emotionalität ist nicht gestatt Alter war der doll das ist nicht erlaubt wieso legen die natürlich wir legen AT-Minen hier hin weil die auch so viele Autos fahren ja falls ihr mal falls ihr mal ein Traktor lang kommt Gaffer sind nicht falls einer aus dem Farming Simulator hier mal vorbei schlägt und mit dem Traktor rüber fährt mit dem Grubber oh da hab ich mich aber irgendwie verfahren ich wollte eigentlich zu Feld 22 was denn da los ja Acker 22 wo stehen die Rüben Jungs nee du ich sehe hier auch keine so hier ist er nicht mehr oh hier schwebt der der Monitor schwebt in der Luft hier ist kein Tisch mehr kein gar nichts wir haben die Kontrolle übereinsatz ziel Schaden Alter selbst mit der Schrohtraffik das ist doch nicht ernsthaft deren Ernst das nicht ernsthaft deren Ernst ist denn schlecht der Lieder steht hier bei da wo ich tot bin stand da achso hab ich nicht gesehen Entschuldigung nebst du mir mal auf ach ne du bist der Sniper jetzt äh ich ja 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 ist nicht so schlimm jo 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 Minion das wird schon so 21 Tickets haben sie noch 18 Tickets ja Verlichtungen war das Zeit dass wir hier fertig werden oder was aber die können wir sagen ne kaum ist Mucker nicht da Läuft gut kaum ist Mucker nicht da äh schon wieder Part 3 es läuft aber man soll man sollte hier gar nicht immer einen Sündenbock suchen ne das ist ja auch nicht gut für die für Charisma ne jo rechts von mir oh wir haben Yvonne guck letzter Kill war ich aber Yvonne haben wir trotzdem ach Leute das war schön das war herrlich wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tschüss sagen tschüss tschüss ja tschüss und unser allseits beliebter Manne kommt später dazu und dann wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal haut rein éis fitness joh bank f se f Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020